Jo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist 10.36 Uhr am Morgen und wir sind heute wieder mit einem neuen Quiz am... Tobi, was ist? Das ist das neue Quiz. Wie gesagt, ist Geschmackssache, Digga. Geschmackssache. Was ist mit dem Typen rechts? Wo ist mit seinen Haaren passiert? Ich hab den nach unten verschoben und hab die Haare vergessen. Das hab ich einfach so eine Connection gemacht. Wir haben wieder einen absoluten Stargast dabei, meine Freunde. Paluten ist mit am Start. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Nach dem letzten Mal, ich möchte gerne, dass hier noch ein paar Highlights vom letzten Video eingeblendet werden. Alle weiß, wie es läuft. 10 Minuten, let's go. Wir haben den Tag, wir haben den Tag, ja! Alter, let's go! Ach, krass! Ich hatte nach dieser Folge so viel Bock heute. Ja, das ist geil, ne? Das ist wirklich geil. Ich bin pumped. Guten Morgen, steht da ja auch, Tobi. Ja, genau. Hast du das Quiz-Logo selber gemalt? Äh, ne, das hab ich von Google. Das macht mich aggressiv. Ja, aber was machen wir denn heute? Ja, Tobi, erzähl mal was. Ich hab wirklich keine Ahnung. Was ist hier los? Also, heute machen wir ein Quiz, in dem man YouTubern am Haaransatz erkennen muss. Ah, deshalb hast du doch die Haare so verschoben, ne? Das stimmt. Ah, Alter, der Typ. Ihr seht ungefähr, die YouTuber seht ihr ungefähr so. Ja. Und dann müsst ihr die... Also, gucken wir heute, wer Haarausfall hat und wer nicht, oder was? Ja, okay. Ist ja schon ein bisschen gemein. Ich hab ein bisschen Frisur dabei, weil sonst wäre das viel zu schwer. Wollen wir es diesmal so machen, dass Tobi einfach runter zählt und wir schreien dann rein? Ne, das macht ja... Macht das Sinn? Nein. Lass uns doch einfach wieder rumheulen, dass das alles... Ach, scheiß drauf. Alles Delay hat und... Ja, ist auch egal. Ja, komm, Digga. Okay, mach, okay. Okay, um festzusetzen, wenn einer was falsch hat, darf der andere sich Zeit lassen. Und die letzte Zeit... Dann darf der andere sich... Okay. Was denn das denn jetzt für Regeln hier tun? Ja, also ganz ehrlich, das ist ja... Das ist ein Skandal. Das ist ja schlimmer als bei Wetten, dass ihr... Ihr holt in spätestens drei Minuten wieder rum. Okay. Okay, wir fangen an. Let's go. Okay. Die erste Person in 3, 2, 1... Julia Beautix. Das ist Julia Beautix. Alter, was? Wie hast du das denn bitte erkannt? Ich guck mir abends immer von Delay die Haare an. Weil du immer den ganzen Tag 24x7 da bei den netten Damen die Instagram-Profile durchguckst. Und die netten Damen auch bei Tobi. Die netten Damen auch, die wollen mich nicht treffen, leider. Naja. Tobi. Ich würde sagen, wir denken dich gleich rum, wir kommen zur nächsten Person in 3, 2, 1... Boah, boah, ey, was? Jonas... Jonas Ems. Hätte ich auch gesagt, ne? Ja, Alter, guck, weil ich guck mir deren Profile an, Alter. Ja, gut, Bro. Komm, Alter. Das ist mein Punkt. Love is love. I say as always, if you love the Jonas Ems, ist okay. Jonas Ems, my loving YouTuber. Alter, ich hätte auch Jonas Ems gesagt, aber ich hab dir jetzt ein bisschen Zeit gegeben auch. Danke. Das ist nett. Ja, war mir nämlich 90% nur sicher. Gut, Tobi, machen wir weiter. Nächste. Die nächste Person kennen uns YouTube. Beat Katja. Was hast du als erstes gesagt? Katja, Katja. Was hat er als erstes gesagt? Ich hab Bi-Katja gesagt, weil sie ist ja bisexuell, deshalb. Money! Ah, das muss ich Bibi sagen. Nee, nee. Nein, 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 nein. Ich wollte, ich wollte Dagi sagen, weil es so die einzig... Echt jetzt? Ja, ich dachte. Es ist krass. Es ist wirklich gestört, Palle, wie gut wir unsere Kollegen mittlerweile an sämtlichen körperlichen Merkmalen kennen. Wir haben ja auch, das wissen ja viele Leute gar nicht, wir haben jetzt alle zusammen in der WhatsApp-Gruppe und wir kennen uns ja alle nackig auch ganz gut, oder Palle? Auch damals durch die Zeit im YouTube-House. Ja, besonders in der Zeit von YouTube-House. Revi und ich haben auch regelmäßig... Immer Wassersparen, zusammen Baden gehen. ...Bilder getauscht. Achso, ja, ja, stimmt. Du hast wirklich das eine oder andere Mal gebadet. Ja, ja. Dass du dir schön so... Während du duschen warst, das war sausnum, weil es eine Kombination war. Ich hab im Waschbecken geduscht. Anders ging das nicht möglich. Tobi, was ist denn mit dir? Ich male, während ihr redet. Ich kann mich sonst nicht ablegen. Okay, so, komm. Machen wir die nächste Person. Drei, zwei, eins. Sammy Slimani? Ist nicht, ne? Ah, ich weiß, wer es ist. Darf ich nochmal, bitte? Er ist doch jetzt... Drei, zwei, eins. Jetzt darf ich wieder... Ich weiß... Also eigentlich, hier haben wir gesagt, gibt es Regeln, haben wir nicht gesagt, ohne? Äh, dein Debitor. Nein, darf ich jetzt nochmal? Crispy Rob. Alter. Ja. Die Schmalzlocke, Digga. Da weiß ich doch, der Crispy. Mit den leckeren Rob's. Hast du schon die Rob's gegessen? Alter, natürlich. Rob's Frisur, so wie Haare sein müssen. Ja, hab ich. Die waren lecker. Hast du auch gegessen? Nee, hab ich noch nicht. Hat er dir keine zugeschickt? Nee. Der Crispy und ich sind scheinbar nicht so dicke Freunde. Der hasst dich, ne? Nee, wollt mal ein Video mit mir machen, aber ich bin ja immer so schüchtern. Ach so. Und bei mir ist Polizei gerade. Ja, deshalb, weil du schüchtern bist. Ja, ich bin... Das glauben mir die Leute immer nicht. Was ist los? Shit. Okay, die nächste Person. In 3, 2, 1. Revi. Ich. Oh, da war Palle sogar. Ja, da bin ich doch. Das war zeitgleich. Nein, bei mir war es. Das ist absolut nicht zeitgleich bei mir. War Palle über eine Stunde vorher. Ich wollte gerade sagen. Ist das noch die Lederjacke, die wir zusammengekauft haben? Alter, pass auf. Kurze Story, ne? Ich hab meine Mutter angerufen im KDW. Weil die Lederjacke, was hat sie gekostet damals? 600 Euro oder sowas? Nee, ich glaube 400. 400. Da hab ich meine Mutter angerufen und jetzt bin ich zu klein, weil ich so eine Maschine geworden bin, ne? Kai Pflaumen mir gestern gesagt, Alter, wie krass ich im Bankdrücken bin, ne? Ja, hab ich... Ich hab die Instagram-Story, hab ich gesehen. Ja, der wollte auch mit mir duschen gehen später. War cool. Punkt für mich. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte... Vor allen Dingen, was ist einfach diese Antwort? Ich! Aber so, Sound delayed. Ja, komm, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Nächste. 3, 2, 1. Nee. Monte! Ja, Digga. Als ob. Ja, ja. Hätte ich im Leben nicht erkannt. Doch, das wusste... Aber auch nur wegen dem Hintergrund tatsächlich. Weil ich wusste, dass es dieses Breaking Bad Artwork ist. Bist du kein Montana Black Ultra? Äh, ich kenn ihn nur mit Cap. 3, 2, 1. Sascha! Nee. Falsch. Äh. Okay, warte, jetzt hab ich Zeit. Nee, hast du nicht. Wir schießen weiter, oder? Wer hat denn hier die... Wer hat denn so kurze Haare? Alter. Mo? Yeah. Wer hat so kurze Haare? Ah, hier, wie heißt der der immer so? Der Ello Tricks. Auch falsch. War wird auch falsch. Hä? Boah, Alter, wer ist denn das? Ganz easy. Wer hat denn das denn? Graue Haare schon, ne? Ganz, ganz easy. Tobi, sind das graue Haare? Hm, glaub ich, ist durchs Licht eher. Ganz easy? Ganz easy. Pietro Lombardi. Okay, jeder hat es auf einen Versuch. Äh, Lara Loft. Lara. Nee, komm, mach es. Zeig mal. Alter. Iksco. Digga, was ist aber das für ein Bild, Junge? Guck mal, wie sein Kopf da deformiert aussieht, Digga. Ich finde auch, also wir sind echt ein bisschen deformiert. Das ist doch so, Alter. Guck mal, hier ist nichts verzogen, Hintergrund. Das ist wirklich sein Kopf. Das ist nicht so. Doch. Da hat er viel getrunken gehabt an dem Abend vorher oder so. Oder halt irgendwie so eine Krankheit, ne? Der hat die ganze Zeit eingeatmet, aber nie ausgeatmet. Bei mir ist schon wieder ein bisschen Party. Ja, ja, vorne links. Alter, was ist denn da los? Der geht halt nicht. Ah, Mann. Dobi, du hast... Ja, doch, ich gebe ihm den Punkt. Ja, wenn wir es nicht wissen, hat er es gut gemacht. Okay, alles klar. Die nächste Person, 3, 2, 1. Justin! Ja, Digga. Balenciaga. Balenciaga, okay. Wann wurden die gegründet? Balenciaga, 1917, ne? Oder? 917. Im Jahr 917. Karl, der große Dame, hat schon Balenciaga gedrippt. Der gute. Seine Balenciaga-Rüstung. Okay, da ist es. 3, 2, 1. Nia. Ah, kenne ich doch, den Ju. Nia, ich dachte, Nia war krank. Aber, Digga, das ist einmal Ju, Alter. Das sieht auch ganz... Kannst du bitte bei dem Bild mal kurz die Augenbrauen wegfotoshoppen? Das sähe so witzig aus bei diesem Bild. Ich mache jetzt die Farbe ein bisschen weg. Warte, warte. Okay. Siehst du, was ich meine? Warte. Willst du die andere auch wegmachen? Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Sieht nicht jeder super gruselig aus ohne Augenbrauen? Ich weiß nicht, aber Ju ganz besonders, wa? Warte. Siehst du, was ich meine? Weil er hat dann so eine unendlich große Sterne und so kleine Alien-Augen. Äh, äh, okay. Ja. Okay, ich will scheiß nicht. Ja, machen wir mal weiter, Digga. Scheiß drauf. Ja, Julien Bam ohne Augenbrauen. Warum nicht? Ja, gut, weiter. Ich hatte deswegen den Augenbrauen, habe ich das bekommen. Wurde funkt für die Augenbrauen. Der wird jetzt sehr schwer. Ich glaube, da hatte ich wieder einen kleinen Vorteil. 3, 2, 1. Papa-Platte. Ah, das wollte ich tatsächlich auch sagen. Alter, Alter, Kevin. Mann, Kevin. Wie kann man so wegstehen, wie der Kuh ist? Wie kann der, vor allem, wie kann... Das Ohrläppchen, was du auch so links hier so raushängt. Der ist auch einfach Brand Ambassador für, äh, für Dingens, für, äh, Gillette. Mit so einem Bart. Der ist stabil. Ist ja genauso, wie wenn man mit denen an Rasur playt. Ach, scheiß drauf, komm, nächste. Ich habe ja mittlerweile einen Bart, Palle. Ich bin, äh, alt geworden, erwachsen. Hab auch schon einen Samenberguss gehabt, ja. Also, du bist ungefähr genauso ein bisschen flau, wie ich hier. Ach, hör mal auf, jetzt, komm. Jascha, Sascha, 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 ja, ja. Sascha ohne Augenbrauen sehr cool aus, glaube ich. Ist egal, lass mir, komm. Machen wir die letzte... Der letzte bringt wieder, äh... Siebenfach Punkte. Ja, weil der ist wirklich... Der ist, der ist, glaube ich... Das ist der... Sind wir schon durch? Nein, nein, wir haben noch... Äh, vier Stück haben wir noch. Alter. Vier tausend YouTuber. Vier tausend YouTuber. Let's go. Okay, drei, zwei, eins. Es gibt mittlerweile so viele. Dagi. Äh, Bibi. Kelly. Kelly. Wer ist denn sonst noch? Äh... Die Fashion. Sturmwaffe. Gib ihm. Shirin David. Shirin David, ja. Ja, sorry, ich habe den Tipp nicht gehört. Was wären denn hier plötzlich für Tipps gegeben? Oh, sie ist so süß. Also, das ist... Das ist ein Skandal. Da mal ein Küsschen. Da mal ein Küsschen. Da mal ein Küsschen. Da mal ein Küsschen, Tobi. Ah, so habe ich das schon. Oh, Flugsimulator. Ja. Die nächste Person. Drei, zwei, eins. Dagi. Nee. Äh, Bibi. Nee. Hä? Kelly. Kelly. Ja, Kelly. Ah, Digga, manche haben alle blocken Frauen hier durch. Wirklich, Alter. Also, ehrlich. Ja, Palukum. Kumbak, Kumbak. Jetzt die vorletzten Person. Okay. Drei, zwei, eins. Unge. Unge. Ja, da war ich zuerst. Da war ich zuerst. Ja, Simon. Unge. Gebe ich auch zu. Der Teufel von Madeira. So, jetzt der Siebenfach-Multiplayer. Also, einfach wie der Scheiße, dieser Stuttgarter-Regel. Diese Regeln einfach. Ja, der Siebenfach-Multiplayer, Leute. Das ist ganz klar. Ja, und jetzt kommt der. Komm, mach. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Kämpfe mit Kiff. Paluten. Äh. Tomatolix. Oh, 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 oh. Nein, auch nicht. Oh, oh. Dehner. Nee, oh, oh. Hä? Wer verliert, wer gewinnt? Ich will euch keinen Druck machen. Wer hat denn so die... Äh, äh. Ich dachte auch Elfe mit Kiff, wa? Ja, ja. Sehr, sehr tricky. Okay, du kannst ja bei... Diesmal für beide dann bei drei, zwei, eins. Und dann gibst du einen Tipp. Okay. Drei, zwei, eins. Der war auch schon auf Madeira. Maxify. Jan Mayer. Tanzverbot. Tanzverbot. Ja. Als... Oh, ja. Ja. Das ist ein Bossbild. Natürlich. Tanz zu dem Verbot, Alter. Ah, ja, ja. Tobi. Hilf mir, bitte. Alles klar. Ja, Palle, Alter. Das... Ich will meine 7.1. Das war jetzt das... Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Boah, Palle, Alter. Mit 10 Punkten Vorsprung, ne? Mit 10 Punkten... Da sieht man nochmal, wer gewonnen hat. Guck mal hier. Das ist... Ich bin die echte Nummer 1. Oh, ja, Paluten. Oh, ja. Ja, geil, Alter. Geil. Was ist das? Leute, das war es von diesem arschgeilen Video. Wir haben natürlich auch noch eine Nummer bei Paluten aufgenommen. Die kommt dann wahrscheinlich in drei Monaten wieder online. Das wird gut. Tobi, wohin geht's? Wir sind natürlich dann heraus, Freunde. Lasst einen Daumen da oben. Da schaut gerne bei Paluten vorbei. Und auch gerne bei Tobi. Beide in der Videobeschreibung verlinkt. Ne, Tobi, dein Instagram. Du brauchst die Verifikation. Leute, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.